Nach der heutige Prüfung der Lautere, der im Verein ist, wo der eine Hund von dem Vieh hat, der Ingo, der ist so ein Dreck bei Lauter, weil er aber so eine Art, dass der Ingo mit dem Boxer, der kann halt da prüfen. Der Ingo war im Verein, wo der Ingo war, der in die Aber der muss sagen, ja, da kommt so ein Scheiß da gar nicht aus und schreit. Dann hat sich das in den Kopf schon verschrieben. Da ist mir klar, ist mir klar. Und dann hat der andere jetzt. Ich weiß nicht, wie ich mir drüber bin, für den Blaue Schrein. Oh, das ist ein Ureißrück. Oh, das ist ein Ureißrück. Okay. Irgendwie war alles egal. Ich meine, ich habe es normal. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Ich glaube, es hat sich die Brille sauber gemacht, hat er besser gehört. Jetzt kommt er direkt hier bei die Flachliebe. Anderseits. Nein. Ich glaube, es ist wieder gut. Jetzt geht es um impresch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Kann ich dir helfen? Das ist wieder schwer. Schau mal rein. Ich muss da noch einmal rausgehen. Ich muss da noch einmal rausgehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die geht doch nicht schön. Die geht sehr schön. Ich weiß nicht. Das sieht doch schon mal aus. Ja, das stimmt. Das ist richtig toll. Das ist richtig gut. Alles gut. Alles gut. Kann ich den Hund jetzt? Das ist anders jetzt. Das hat er eingelaufen. Das hat er eingelaufen. Nein. 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 Nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein. Das war's. Sieht gut, der Wunsch, ne? 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 Sieht gut, der Wunsch, ne?